Im Abenteuerfilm «Die versunkene Stadt Z» entdeckt Forscher Percy in den 20er Jahren eine unbekannte Zivilisation im Amazonas. Dumm nur, dass ihm zu Hause keiner glaubt. Aus diesem Grund reist er erneut, aber jetzt in Begleitung, in den Dschungel. Verkörpert wird Percy von Sons of Anarchy-Schauspieler Charlie Hunnam. Percy war ein Einzelgänger, der sich selbst gerne isolierte. Ich neige ebenfalls dazu. Aus diesem Grund muss ich mich oft dazu überwinden, Gespräche zu führen. Doch bei dieser Rolle konnte ich meine Introvertiertheit in vollen Zügen ausleben und ich musste nur beim Drehen sprechen. Würde man gar nicht denken, wenn man ihn oder eben Percy so sprechen hört. Aber die versunkene Stadt Z basiert auf wahren Ereignissen. Ein Film, der fesseln und faszinieren wird, und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und wir müssen sie finden! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 edenlah desta